So meine YouTube-Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video und damit Hey Leute, wie geht's euch? Ich bin der Maximilian mit einem weiteren Video und zwar die Kicker-Nachrichten von diesem Montag, also den 29.01. Die FB-Generalprobe gegen Saudi-Arabien. Die deutsche Nationalmannschaft absolviert ihre WM-Generalprobe gegen Saudi-Arabien. Die Partie wird am 8. Juni unmittelbar vor Abflug zur WM in Russland in Leverkusen stattfinden. Schweinsteigers Abschiedsspiel. Bastian Schweinsteiger erhält von Bayern München ein Abschiedsspiel. Die Bayern empfangen am 28. August Chicago Feier. Bastian Schweinsteiger wird jeweils eine Hälfte für Bayern und für Chicago Feier absolvieren. AS Monaco holt für 25 Millionen Euro das italienische Talent Petro Pellegrini von CFC Genua. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2022. David Beckham könnte als Teil eines Klubs in Miami den Zuschlag für einen Start in der MES erhalten. So, danke fürs Zuschauen. Morgen kommen die Kicker-Nachrichten von gestern. Also, danke fürs Zuhören und bis morgen.